Giftige Tränklein waren auch beliebt. Bis ins 19. Jahrhundert hinein nahmen viele Frauen zur Verbesserung ihres Tins ein Gebräu zu sich, das faules Solution hieß und verdünntes Arsen war. Dante Gabriel Rossetti's Gattin, Elisabeth Sidal, vor allem in Erinnerung als Modell für die ertrunkene Ophelia in John Everett Millais Gemälde, schluckte das Zeug mit Begeisterung und es trug gewiss zu ihrem frühen Tod 1862 bei. Außer sich vor Kummer begrub, ergatte sie mit einem Bündel seiner Gedichte, die er vorher leider nicht kopiert hatte. Sieben Jahre später überlegte er sich die Sache anders, ließ das Grab öffnen und die Gedichte herausholen. Sie erschienen im darauf folgenden Jahr. Auch Männer trugen Make-up und kleiderten sich etwa ein Jahrhundert lang atemberaubend weiblich, manchmal in den unerwartetsten Situationen. Der Graf von Orléans, Bruder Ludwig XIV., war, wie die Schriftstellerin Nancy Midford freimütig formuliert, einer der berühmtesten Sodomiten der Geschichte. Ein tapferer Soldat, dessen Verhalten bisweilen zugleich ein wenig unorthodox war. Bemalt, gepudert, mit aneinanderklebenden Wimpern, geschmückt mit Bändern und Diamanten, kam er aufs Schlachtfeld, schrieb Midford im Sonnenkönig. Aus Angst, seine Perücke werde zerdrückt, trug er nie eine Kopfbedeckung. Einmal in Aktion war er mutig wie ein Löwe. Sorgen bereitete ihm nur, was Sonne und Staub seinem Tar anhaben würden. Männer wie Frauen schmückten die Haare mit allen möglichen Federn und umwandten jede vorwitzige Locke mit einem Band. Manche Männer trugen auch High Heels, keine klobigen Plateauschuhe, sondern welche mit schlanken Spitzen bis zu 15 cm hohen Absätzen oder auch Pelzmuffs, um die Hände warm zu halten. Im Sommer verzichteten viele nicht auf Sonnenschirme und fast alle übergossen sich mit Parfum. In England nannte man diese Leute Macaronis, nach der Pastasorte, die sie auf ihren Reisen nach Italien kennengelernt hatten. Komisch, dass ausgerechnet die Herren, die sich damals eher in Zurückhaltung übten, nämlich die Rivalen der Macaronis in Kleidungsfragen, die Dandys, heute als overdressed gelten. Früher war das Gegenteil der Fall. George Bo Brummel, der von 1778 bis 1840 lebte, war ein Paradebeispiel für die dezente Prachtentfaltung in der damaligen Männermode. Brummel war weder reich noch talentiert, noch mit Intelligenz gesegnet, aber er zog sich besser an als jemals ein Mann zuvor. Nicht farbenprächtiger oder extravaganter, sondern einfach nur sorgfältiger. Er wurde in recht privilegierten Verhältnissen geboren, in der Downing Street, denn sein Vater war ein bewährter Ratgeber des Premierministers Lord North. Brummel besuchte Eden und kurz auch Oxford, nahm dann aber einen Posten im Regiment des Prinzen von Wales an, bei den zehnten Husaren. Ob er Talent zum Schlachtenlenker hatte, weiß man nicht, es wurde nie auf die Probe gestellt. Seine Hauptaufgabe war es, in der Uniform gut auszusehen und bei formalen Anlässen als Begleiter und Sekundant des Prinzen zu agieren. Der Prinz und er wurden enge Freunde. Brummel wohnte in Mayfair, und sein Haus wurde einige Jahre lang zum Epizentrum eines der unfasslichsten Rituale in der Geschichte Londons. Jeden Nachmittag bewegte sich eine Prozession höchst reputierlicher erwachsener Männer auf Brummels Haus zu, um dort präsent zu sein, wenn er sich ankleidete. Zu denen, die regelmäßig durch Anwesenheit glänzten, gehörten der Prinz von Wales, drei Herzöge, ein Marquis, zwei Grafen und der Dramatiker Richard Brinsley Sheridan. Sie saßen da und beobachteten in ehrfurchtsvollem Schweigen, wie Brummel sein tägliches Pflege- und Ankleideprogramm mit einem Bad begann. Alle staunten natürlich Bauklötze, dass er jeden Tag badete und alle Teile seines Körpers wusch, wie ein Augenzeuge fassungslos bemerkte. Obendrein mit heißem Wasser.